Schichten des Wassers handeln von seinen Bewohnern und der großen Reise von der Quelle bis zur Mündung. Es ist die uralte Geschichte vom Lauf des Lebens. Es ist die uralte Geschichte vom Lauf des Lebens. Und Till Schweiger. Das Finale bei die Lavas großer Weltreise. Am Donnerstag um 20.15 Uhr live. Hier bei uns im Ersten. Der Hamburger Kiez hat seine eigenen Gesetze. Er hat sie entführt. Trotzdem lässt sich Dirk Matthies nicht aus der Ruhe bringen. Jetzt draußen nicht. Und wenn die Paragraphen mal nicht ausreichen. Also wir werden das Polizeigesetz nicht durch die Bibel ersetzen können. Gibt es auch andere Wege. Überraschung. Um Konflikte in Luft aufzulösen. Haben Sie sich auch bemüht die Straßenverkehrsordnung einzuhören? Großstadtrevier. Montags 18.55 Uhr. Im Ersten. Stellen Sie sich vor, Sie reisen in ein fremdes Land und Ihre Heimat existiert plötzlich nicht mehr. Krakosja. Nichts mehr Krakosja. Dann sind Sie gefangen. Mr. Noworski, Sie dürfen dieses Gebäude nicht verlassen. Sie sind eine Lücke im Gesetz, durch die Sie einfach durchgerutscht sind. Tom Hanks. Opa. Catherine Zeta-Jones in Terminal. Sommerkino im Ersten. Sie werden nicht einen Fuß nach New York. Untertitelung im Ersten. Untertitelung des ZDF, 2020